Aber das Beste an den 90er, das war zweifelsohne die Wiedervereinigung. Und mit dieser zeitlosen Erkenntnis sind wir nun schon fast am Ende unserer 90er-Show angelangt. Das Einzige, was uns noch bleibt, ist unser riesengroßes, abschließendes Finale. Und zudem bitte ich alle Mitwirkenden hier auf unsere Showbühne. Alle sitzen schon da, das Mini-Ballet, einer vom Elfermarkt, der DJ ist da, der Haik ist da, das Prinzenpaar sowieso. Und während sich ja alle schön aufbasteln könnt, ihr hier unten euch schon mal unterkacken. Auf geht's zum großen Final! Schön ist die Liebe im Hafen, schön ist die Liebe am See. Einmal im Abend zu schlafen, sagt mal die Sterne Ade. Schön sind die Mädchen im Hafen, sonst leuten sie mich da neu. Auch dich mit Fürsten und Hafen, tauschen wir uns ahoi. Auch dich mit Fürsten und Hafen, tauschen wir uns ahoi. Du, du liebst mir im Herzen, du, du liebst mir im Sinn, machst mir manchmal auch Schmerzen. Und da weiß ich, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weiß ich, wie gut ich dir bin. Und da wollen wir mal, wollen wir mal, da, 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 da. Du, 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 du soll dein Beschützer sein. Das kannst du nicht ahnen, drum lasst du dich fehlen, du. Dass so ein Bild dient, das Herz dir bricht den Blut. Das kannst du nicht ahnen, drum lasst du dich malen, ein jedes Mann von einem soll dein Beschützer sein. Mein Hund, der hat drei Enkel, drei Enkel hat mein Hund, und wenn er nicht drei Enkel, dann wäre es auch nicht mein Hund. Mein Hund, der hat drei Enkel, drei Enkel hat mein Hund, und wenn er nicht drei Enkel, dann wäre es auch nicht mein Hund. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Geld bekommen? Wer hat das bestellt? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat das bestellt? So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der Lümpfe wie vergeht, so ein Tag, auf dem ich nichts zu freuen Und wer weiß, wenn wir uns wiedersehen. Ach, wie schnell vergehen die schönen Stunden, wie die Wolken vergehen. So ein Tag, wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie mehr fliehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Eigentlich dürfte er nie vergehen. Seht ihr mich noch? Nee, die Stimme kommt durch den Bein vor. Er dürfte nie vergehen. Er ist ja auch noch nicht ganz vorbei. Ich muss da mal hier durch. Er ist nicht ganz vorbei. Was allerdings jetzt vorbei ist, ist unsere 90er-Show der Ölfnitz-Erfahrtenwahlsvereinigung. Und eines, liebe Freunde, das muss ich euch unbedingt noch mit auf den Weg geben. Das, was ihr heute gesehen habt, das war eine Veranstaltung. Eure! Herr Knappelmeister, bitte einen Ausmarsch für diesen nervischen Haufen. Herr Knappelmeister, bitte einen Ausmarsch für diesen Haufen. Herr Knappelmeister, bitte einen Ausmarsch für diesen Haufen. Herr Knappelmeister, bitte einen Ausmarsch für diesen Haufen.